Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von The Evil Within. Ja, wir fädeln uns hier freudig durch die Gegend. Das ist halt so, wenn man was Plein spielt. Ich sehe hier auch wieder so ein... So ein übles Gerät, wollte ich gerade sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier ist ein Bossraum. Und das wird alles ganz hässlich. Ich glaube, das wird alles sehr hässlich werden. Ich versuche hier mal alles aufzusammeln, was man so kriegen kann. Selbstverständlich darf ich nicht vergessen, die Waffen hier aufzufüllen. Schrot, Schrot haben wir, Scharfschütze haben wir, Granate. Reserve, Maximal, Reserve. Explosiv-Bolzen werden wir, glaube ich, was herstellen. Den werden wir nachgeladen. Die sind alle nachgeladen, gell? Passt. Da röst man gleich mal Explosiv-Bolzen aus. Für jeden Fall, dass wir es dann bald brauchen. Ja. Pistole. Hammer da. So, dann hier. Ah, hier ist zum Durchkriechen mit einer Falle. Ja, ist auch so gedacht. Gut. Ich vermute, ich hätte das hier ausgelöst, dass mich das niederschmettert. Okay, das war's. Mehr ist hier nicht. Vielleicht kann ich das hier mal dann für uns nutzen, wenn es hier zu einem Kampf kommt. Hm. So. Das ist die Frage, wie geht's hier weiter? Ich glaube mich... Hier. Glaube ich. Na, war wieder im Kreis. Gut, Alter. Meine Nerven. So. Hm. Also, ich bin jetzt leicht verwirrt. Achso. Ich bin doof. So. Das brauche ich ja natürlich. So. Da schleiche ich mich kurz durch. Das hätte ich fast übersehen. Schlau, wie ich bin. Ja, da kannst du piepsen. So, dann muss ich nochmal dorthin. Weil da ist ja dann Strom. Und dann, glaube ich... Dann werden wir sterben. Auf alle Fälle. Und dann kommt sicher irgendein Drecksboss. Wo war jetzt das schnell mit dem Strom? Ich glaube, da drüben irgendwo zum Durchkriechen, ne? Ja. Kontrollpunkt. Ich hab's befürchtet. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Dann gehen wir sterben, ne? Hm. 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 Ah, okay. Wie... Ich darf da nicht mehr durch. Willst du mich jetzt verarschen? Wieso soll ich da jetzt nicht mehr durch dürfen? Was soll denn das und treffen tut auch nichts mehr? Ja, ich werde es mir so akribiert. Das war eh klar. Ich muss mir das jetzt erstmal anschauen. Was soll denn der Schwachsinn? Ich darf da nicht mehr durch. Ah, weil das umgefallen ist. Okay, Arschloch. Okay. Wir haben uns da ein bisschen Zeit lassen, ne? So, vor dir schnell. Nicht reden, du Trottl sollst nachladen. Jetzt ist Ruhe, ne? Was bist du um Himmels Willen? Was ist denn das für ein Viech? Ja, das wird nichts. Was ist denn das für ein Viech? 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 Okay Ich schieße einfach irgendwo hin What? Wieso verziert ist das so schier? Ich weiß nicht wo, ich hänge da überall Was ist hin? Gott sei Dank 3000 nur, wenn du denkst Ja, war jetzt aber auch kein schwerer Boss So und jetzt? Ah Gut Ah, das ist verkehrt, okay Was war da? Eine Flasche, okay Hat sich das gerade auf und ab bewegt? Nein Nein Sprinten sollst Alter Ich habe jetzt nur Glück gehabt So Kurz mal Ruhe, kurz mal durchschnaufen Alter Ich habe dich nur zum Heilen Ich bin so erledigt Geh auf Mhm, mhm, okay Na Na Jetzt müssen wir das mal machen Mhm Ja, wusste ich Was für eine Scheiße Scheiße Scheißen Dreck Echt Vor allem habe ich die Batterie vergessen Glaube ich Oder? Na, die habe ich nicht vergessen, oder? Doch Nein, doch Oh Fuck Ich müsste das nochmal machen Na, ich habe sie mit Gut, passt Hm Okay Okay, vielleicht stelle ich mich jetzt ein bisschen besser an Wir werden ausrüsten Ähm Die Schrot, ne? Die macht mehr Damage Für diese beklopten Viber Ja, super Ach, näher ran So, muss das ausschauen Habe ich die erwischt? Ich hoffe Ich glaube, das war jetzt aber auch nicht gescheit Weil ich jetzt habe ich zu viel Ich frecke sowieso, es ist erwischt Ich habe da jetzt glaube ich zu viel verbraucht So Ähm Zu viel Munition verbraucht, würde ich sagen Von der Besseren nehme ich Was? So Und gleich das Scharfschützengewehr Ich schwitze schon wieder Oh Walden Ich bin Was ist das? 3.000 noch mal dazu, dann hätten wir, jetzt bitte nicht fail, doch, ich schaff das, dann ging ja schon besser, oder, weh, alter Schwede, was für eine Kacke, so, 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 wir rüsten aus, die normale Pistole, so, ich habe einen Herzinfarkt hier, so, hier jetzt, okay, 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 so, das hätten wir schon mal, ein Kontrollpunkt wäre super, so, okay, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, alter, so, hier wollte ich machen, okay, okay, die haben wir gemacht, passt, so, schön zusammenschlagen, okay, da haben wir, glaube ich, nichts mehr, Was ist das für ein Ort? Ach Gott, noch einer Noch einer Noch einer Kontrollpunkt Kontrollpunkt Okay Alter, Kontrollpunkt, Gott sei Dank, ich muss mal kurz Okay, ähm, wir haben noch vier von dem, das brauche ich unbedingt, dann haben wir hier zwei, eine nehme ich gleich So, dann hoffen wir das Beste Mach Licht aus Das ist Was Alter Schwäge Alter Schwäge Das wird übel Wo ist er jetzt hin? Ist es weg? Wo ist er jetzt hin? Na da kann er nicht, da gehts nicht Was soll ich machen? Ich könnte extrem mutig sein, wir haben eh Ich brauche mich jetzt eigentlich fertig machen Ähm, wir haben Ich habe eine andere Idee Wir haben doch, ähm Wir haben gespeichert, ne? Also es wird schon schief gehen Ähm, warte, ich sollte vielleicht ein Part beenden Und im nächsten werden wir den probieren Das wäre besser Ihr Lieben, das war's dann für heute Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuschauen Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend Je nachdem, wer ihr dieses Desaster seht Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi Tschüssi Tschüssi